Leute, schreibt mal in die Kommentare, was es für Gründe gibt, wieso soll man Apple TV nutzen, wenn man ein Smart TV hat. Ich zeige dir mal meine Gründe, weshalb ich ein Apple TV nutze. Erstmal, der Apple TV ist wie ein kleiner Computer, welcher sehr leistungsstark ist. Und zwar so leistungsstark, dass man auch wirklich gut darauf Spiele zocken kann. Wie du hier sehen kannst, kann man die Fernbedienung als Controller nutzen. Dann kann man natürlich hier sämtliche Streaming-Apps installieren, die auch sehr schnell starten. Es wird auf dem Hauptmenü keine Werbung angezeigt. Auch bei YouTube oder gewissen Apps wird sehr wenig Werbung angezeigt. Apple TV unterstützt Dolby Atmos. Ich kann meinen Playstation 5 Controller oder meinen Xbox Controller verbinden und auch damit die Spiele zocken. Ich kann mein iPhone damit verbinden, kann mein Bild vom iPhone auf den Apple TV übertragen und kann mein iPhone auch als Fernbedienung nutzen. Und ich habe wunderschöne Bildschirm-Schoner. Wer jetzt auch Lust auf ein Apple TV hat, kann gerne in meine Bio schauen. Da habe ich mein Apple TV noch einmal verlinkt. Darüber könnt ihr ihn auch kaufen bei Amazon. Und an meine Follower, schreibt bitte nochmal in die Kommentare, weshalb Apple TV so gut ist. Und ich kann meine Follower, schreibt bitte nochmal in die Kommentare, schreibt bitte nochmal in die Kommentare.